So wir starten die Rakete und fangen nach vorne. Der kann ja nicht erlaubt, sondern nach vorne. Denn morgen um 10 Uhr fahren wir schon wieder ab. Der Pfanzer. So, jetzt sind sie ab. Jetzt gehen wir mit der Hand rum. So, jetzt her. Jetzt bringt sie ein. Das ist jetzt halbwegs klar gekriegt, aber sonst ist das gut. So. So. Das war die Vfloze. Denk Då berücksicht. Der kopf kommt wirklich lang. Der wegkommt tief durch. Das geht drüber auf, durch die Levernacht. Wir sind beschleunigend wie an der Feuerwehr. Jetzt fahren wir nicht den Weg, wo wir vorhin gefahren sind, sondern wir fahren an der Feuerwehr hoch. Das verteilt jetzt nur noch mal die Einlauflehnen. Das können wir in einem Flugzeug schaffen. Das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. Inbundgärtny. 1,2315 ungefähr. 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 Hier die Straße. In die Station, bitte alle ansteigen. In die Station, bitte alle ansteigen.